Dieses zu veräußernde neuwertige 4-Zimmer-Einfamilienhaus steht in Hoppegarten. 2015 wurde dieses Objekt erbaut. Das Gebäude verfügt über einen Balkon. Es hat eine Einbauküche. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 520 m2 weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 91 m2 auf. Das Objekt steht für 349.000 Euro zum Verkauf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.